Heute schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an und einen sehr interessanten Hinweis zum nächsten Infinity Stone. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an und es gibt auf jeden Fall etwas sehr interessantes, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, was das Thema Amazon und Vivi betrifft. Und am Ende des Videos werde ich auf jeden Fall nochmal auf ein Projekt eingehen, was ich persönlich sehr cool finde, was ich auf jeden Fall an dieser Stelle einmal mit euch geteilt haben wollte. Das und mehr jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Ujimi, den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal für die Verwirrung gestern, denn gestern habe ich ein englisches Video hier hochgeladen. Viele Leute haben da glaube ich trotzdem drauf geklickt. Ja, wie auch immer, das Video existiert jetzt tatsächlich schon auf meinem Kanal auf Deutsch, deswegen wundert euch da auf jeden Fall nicht, dass das gestern einfach mal englisch war. Ansonsten würde ich aber sagen, starten wir heute direkt rein in die News, denn wir haben auf jeden Fall eine Menge mit dabei. Außerdem hier noch eine ganz kurze Stream-Ankündigung, bevor das Video losgeht und zwar wenn ich nämlich am Dienstag um 20 Uhr deutscher Zeit wieder einen Live-Stream machen und dort einen sehr coolen Gast wieder dabei haben und zwar nämlich den guten Page-Nordler. Und wir werden zusammen einfach mal ein bisschen schauen, wo geht es so ein bisschen mit dem Omi-Token hin, nicht nur auf Chart-Ebene, sondern natürlich auch mit dem ganzen Projekt selbst. Wie könnte es mit dem Omi-Burn aussehen und so weiter und so fort. Diese Frage und sehr viel mehr werden wir dann auf jeden Fall dort klären. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, wenn du auf jeden Fall am Start bist. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit einem Tweet von David Yu und zwar geht der nämlich an dieser Stelle über den fünften Infinity Stone und er schreibt hier, das ist der fünfte Infinity Stone und es wird sehr interessant zu sehen, wie viele Leute wirklich alle fünf Steine haben. Da kommt jetzt zum Beispiel die Frage auf, bei dem Ei auf Agamotto, ja welcher Stein ist denn jetzt hier gemeint? Das ist die Secret Races, die Rare oder auch die Uncommon. Wir wissen es nicht, überall ist auf jeden Fall ein Stein mit dabei. Das heißt, potenziell könnte es auch sein, dass hier jeder, auf jeden Fall der insgesamt, egal welche Rarität hier eins hält, auf jeden Fall auch den Infinity Stone besitzt. Das wissen wir einfach leider nicht. Könnt ihr mal sehr gerne eure Vermutung in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns auf jeden Fall an, was wir hier bekommen, denn heute jobbt das Ganze nämlich um 17 deutscher Zeit und hier sehen wir nämlich den nächsten Stein in einem Artefakt. Meiner Meinung nach auch wieder ein sehr cooles Design, natürlich der Listenpreis 30 Gems und eine Edition-Zeit von 3800 Stück. Außerdem wird das Ganze eine Ultra sein und eine First Edition sein. Außerdem ist natürlich hier mit diesem fünften Infinity Stone die Wahrscheinlichkeit auch noch höher, dass wir tatsächlich jetzt auch irgendwann im Verlauf diesen Jahres auf jeden Fall den Thanos-Handschuh bekommen. Deswegen wahrscheinlich auch der Tweet von David Yu. Wahrscheinlich, weil er selber gespannt ist zu sehen, wie viele Leute dann wirklich hier auch den Thanos-Handschuh bekommen werden. Ich persönlich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt, beziehungsweise bin gespannt, ob wir überhaupt diesen Thanos-Handschuh bekommen werden als AirDrop oder irgendwie zu kaufen im Markt, whatever. Wir werden es auf jeden Fall sehen, ich bin sehr gespannt. Und ansonsten sehen wir auf jeden Fall auch noch den nächsten Comic-Drop und zwar nämlich am Dienstag um 17 deutscher Zeit und hier sehen wir nämlich Amazing Spider-Man Annual Hashtag 11 aus dem Jahre 1964 mit exklusiven Rare und Ultra-Cover natürlich wie immer. Und das Ganze wird an dieser Stelle mit diesen Covern einmal rauskommen und ich sag mal so, das einzige Besondere hier an dieser Stelle ist tatsächlich, dass es das erste Artwork von Super Artist John Romita ist. Und ja, ansonsten gibt es aber tatsächlich ziemlich wenig, was wirklich besonders ist. Ja, die Daten auf Go-Collect sind auch nicht gerade vielversprechend, wenn man sich das genau mal anschaut. Eine 9.6 gerade mal für 400 Dollar ist einfach nicht allzu viel. Wenn man sich zum Beispiel die letzten zwei Comics anschaut, die beide in etwa 150.000 US-Dollar wert waren, jedenfalls die 9.6. Und ansonsten kommen wir auf ein sehr interessantes Thema zu sprechen, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren können. Denn Amazon hat anscheinend den Plan, in den NFT Space mit reinzukommen. Das ist auf jeden Fall von vier anonymen Quellen an dieser Stelle hier bestätigt worden. Wie viel da wirklich jetzt dran ist, wissen wir erst, wenn natürlich Amazon hier auch wirklich das Ganze offiziell bekannt gibt. Aber ich sag mal so, vier anonyme Quellen sind auf jeden Fall schon mal besser als nur irgendwie von einer anonymen Quelle. Wir werden es aber sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich denke mal, dass das Ganze schon in die Richtung auch gehen könnte. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel hier von Blockworks. Ich packe ihn euch mal unten rein. Amazon selbst wird wahrscheinlich hier dann mit Layer 1 Blockchains, Blockchain-basierten Gaming-Startups, aber zum Beispiel auch digitalen Asset-Exchanges zusammenarbeiten. Was darunter jetzt genau zu verstehen ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich könnte mir aber tatsächlich da vorstellen, dass es da vielleicht auch um Marktplätze generell geht, dass sie auf jeden Fall mit Marktplätzen zusammenarbeiten. Natürlich wäre hier eine Zusammenarbeit mit Vivi eine enorme Partnerschaft, die wirklich sehr, sehr wichtig wäre. Denn ich meine, Amazon neben Disney ist halt auch einfach ein riesiger Partner. Und wir sollten auf jeden Fall dieses Jahr auf jeden Fall davon auch hören. Denn es gibt hier nämlich die Hinweise von den Quellen, dass es tatsächlich schon jetzt im Frühjahr auf jeden Fall hier weitere Ankündigungen geben soll. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, falls wir eine Kollabo mit Amazon bekommen sollten. Und zum Ende des Videos gehen wir auf jeden Fall nochmal auf ein Projekt ein, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und zwar geht es nämlich hier um ein Projekt von dem Artist Jack Finn Art. Und für die Leute, die Jack nicht kennen, Jack ist ein Schweizer bzw. französischer Künstler und macht hier auf jeden Fall auch für die Vivi-Community einige sehr coole Aktionen. Wie zum Beispiel dieses Bild hier kennen wahrscheinlich relativ viele. Und jetzt hat er tatsächlich auch ein neues Projekt gestartet. Und das Ganze ist nämlich Treasure Hunt 3.0. Und hier geht es im Prinzip darum, dass ihr im Prinzip 2000 Euro tatsächlich gewinnen könnt bzw. Dollar gewinnen könnt in Kryptowährungen. Und das Projekt wird so funktionieren, dass im Prinzip sechs Kreationen hier zu Verkauf angeboten werden. Und in jedem sind auf jeden Fall dann immer zwei versteckte Wörter enthalten, die dann im Prinzip hier für den Seed Phrase bzw. dann für ein Wallet sind, wo ihr dann sozusagen das freischalten könnt, womit ihr dann wiederum hier diese Kryptowährung dann bekommen könnt. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und der Erste, wie gesagt, der das Ganze hier auf jeden Fall dann hat, der wird das Ganze bekommen. Und es steht tatsächlich hier noch 1000 Dollar. Es sind aber tatsächlich mittlerweile 2000 nach seinem letzten Tweet. Kann ich euch gerne hier auch nochmal zeigen. You want 2000 Dollar to win. Hier hat er es nochmal geschrieben. Treasure Hunter 3.0 Außerdem gibt es noch eine sehr coole Aktion. Und zwar, wenn nämlich jede Kreation ausverkauft ist, dann wird eine Lotterie gestartet. Und jemand kann dann im Prinzip dieses Bild hier auch gewinnen und bekommt das dann in Real Life auch zugeschickt. Finde ich eine sehr, sehr coole Aktion und kann ich an dieser Stelle wirklich nur sehr unterstützen. Ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, ich bekomme selber dafür auch ein NFT von ihm. Aber ich bekomme tatsächlich auch die Möglichkeit, euch insgesamt dann drei NFTs zur Verfügung zu stellen. Ich werde das Ganze dann wahrscheinlich im Livestream mit euch zusammen verlosen. Also an dieser Stelle muss ich das ganz klar wählen. Ich werde dafür mehr oder weniger ein bisschen bezahlt. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich das Projekt deswegen unterstütze. Sondern ich finde es einfach eine coole Idee. Und ich finde, solche kleinen Künstler sollte man an dieser Stelle auch unterstützen. Und ich muss persönlich auch sagen, ich finde seine Kunst auch sehr, sehr cool. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr da eventuell mitmachen wollt. Und ansonsten, wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen super Start in die Woche. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.